Die Leiden Building ist für uns eine der wichtigsten Messen, zumindest in der Bundesrepublik. Und von dieser Messe gehen wirklich viele Impulse in die Wirtschaft, ins Handwerk, in den Handel. Und ich freue mich immer wieder hier zu sein, weil hier sind meine Kunden. Wenn man sieht, der Stand ist rappelvoll. Hier können wir unsere ganzen Neuheiten ans Handwerk an den Handel bringen und eben auch die beste Unterputzdose der Welt können wir hier vorstellen. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiges Event, wo wir im Grunde uns als Marke gut positionieren können. Und dann ist das für mich, wo wir erst mal in der Schule machen. Und das ist ja die Geschichte, wo wir das混missen haben. Und wenn wir das in der Schule bekommen, wir uns immer nach oben planen. Und wir können das Ganze stellen und Und dann ist das für mich, was wir hiervieren. Und dann haben wir die Reise, wo wir uns nicht alles zusammenhängen. Und das ist ja mein Untertitel干st die Welt. Und dann können wir es noch nicht alles machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.